Da Crack rauchen und Flatrate saufen, treibt er sich im Bundestag rum. Herr Amthor? Ja? Philipp eigentlich, wa? Du bist ja noch ein bisschen jung. Ja, du bist der Ältere. Mal, Philipp, zeitlich gesehen. Ganz schön spät, wa? Sandmann ist ja schon durch. Wow, das finde ich echt gut. Ich habe vorher gewettet, ob jetzt der erste Joke schon ein Altersjoke ist, aber well done, geschafft. Habe ich akustisch nicht verstanden. Er ist immer so mit guten Argumenten. Mache ich auch so. Kannst du das nehmen? Oder das? Sind so, weißt du? Kannst du hier so aufdrehen? Ich nehme so ein Wasser. Wasser ist gerade alle. Das haben wir gerade. Guck mal hier, kannst du aussuchen. Bald willst du Cola? Ist schon ein bisschen spät, wa? Ganzen gewesen, würde ich sagen. Und freust du dich schon auf die Pubertät? Hatte ich hinter mir, hat mir nicht geschadet. Ja. Guck mal, wir haben ein Malbuch für dich mitgebracht. Da kannst du, während ich dir Fragen stelle, kannst du dir gerne ein Motiv aussuchen. Ja? Guck mal, das hier ist jetzt... Ist der Code Krömer da auch drin, oder was? Äh, nee. Was willst du hier? Kennst du Katze? Dann haben wir hier noch Stiftchen. Können wir auch Mikado spielen, wenn du Lust hast. Eher nicht. Ich hab gedacht, du willst ein bisschen inhaltlichen Tort machen. Ja? Guck mal, mal doch erst. Das ist die Maus. Die fängt mit einem M an. Guck mal, dann haben wir noch Kekse für dich. Wir haben gedacht, wir gehen heute auf Tiere, weißt du? Guck mal hier. Das ist die Eule. So.